Kann man Schulden erben? Und was passiert in so einem Fall? Darum geht es jetzt. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Herrmann. Nullschulden ist die Soforthilfe bei finanzieller Schieflage, damit jeder schnell und bequem von zu Hause aus seine Schulden loswerden kann. Schuldenerben? Geht das eigentlich? Etwas erben klingt doch erst einmal gut. Doch es kommt öfter vor, als man denkt. Dass sich hinter einem Erbe eben nicht der große Geldsägen verbirgt. Wenn ich ein Erbe antrete, es also akzeptiere und nicht ausschlage, hafte ich für die sogenannten Nachlassverbindlichkeiten. So steht es im bürgerlichen Gesetzbuch. Dazu gehören nicht nur Schulden, sondern auch weitere Verbindlichkeiten aus Pflichtheitsrechten, Vermächtnissen und Auflagen. Das ist noch nicht alles. Ich erbe nicht nur die Schulden des Verstorbenen, sondern hafte auch persönlich mit meinem privaten Vermögen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich mich ebenfalls verschulde. Als Erbe übernehme ich damit quasi die rechtliche Position des verstorbenen Schuldners und muss dadurch mit Konsequenzen rechnen, die nun nach Antritt des Erbes mich selbst betreffen. Wie kann ich mich nun davor schützen, Schulden zu erben und mich womöglich in mein finanzielles Unglück zu stürzen? Erstens. Ich schlage das Erbe aus. Die Ablehnung einer Erbschaft ist kostengünstig und relativ einfach. Man muss dazu innerhalb von sechs Wochen, nachdem man vom Erbfall erfahren hat, eine offizielle Mitteilung beim zuständigen Nachlassgericht einreichen. Gibt es ein Testament, beginnen die sechs Wochen nach Testamentseröffnung. Achtung! Macht man diese Meldung nicht, gilt das Erbe nach Ablauf der sechs Wochen als angenommen. Möglichkeit Nummer zwei. Ich beantrage beim Nachlassgericht das sogenannte Aufgebotsverfahren. Das macht vor allem Sinn, wenn der Nachlass unübersichtlich ist und man herausfinden will, ob es unbekannte Gläubiger gibt. Durch eine öffentliche Bekanntmachung fordert das Gericht alle Gläubiger auf, ihre Forderungen innerhalb einer gewissen Frist beim Nachlassgericht anzumelden. Dadurch erhält man eine bessere Übersicht über die vererbten Schulden und kann abwägen, ob man anschließend das Erbe ausschlagen möchte oder eine Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz beantragen möchte. Möglichkeit Nummer drei. Durch die Nachlassverwaltung bzw. Nachlassinsolvenz kann ich meine Haftung für die vererbten Schulden einschränken. Dadurch schütze ich erstens meinen privaten Besitz und zweitens mich selbst vor einer Überschuldung. Ich kann dadurch also die Erbschaft annehmen, ohne persönlich für die offenen Forderungen belangt zu werden. Eine Nachlassverwaltung solltest du beantragen, wenn noch nicht absehbar ist, ob das Vermögen des Verstorbenen ausreicht, um die Gläubiger zu bezahlen. Zum Beispiel, wenn der Nachlass sehr unübersichtlich ist. Ein Nachlassverwalter kümmert sich dann um die weitere Abwicklung des Nachlasses im Sinne der Gläubiger. Wenn die Schulden die Vermögenswerte übersteigen, muss stattdessen eine Nachlassinsolvenz beantragt werden. Das geschieht entweder durch dich oder durch den Nachlassverwalter beim zuständigen Insolvenzgericht. Insolvenzgericht. Achtung, der Insolvenzantrag muss fristgemäß eingehen, ansonsten hafte ich als Erbe privat für die entstehenden Schäden der Gläubiger. Wie beim normalen Insolvenzverfahren kümmert sich der Insolvenzverwalter um die weitere Abwicklung und der Erbe hat damit nichts weiter zu tun. Falls das geerbte Vermögen nicht ausreichen sollte, um die Kosten der Nachlassverwaltung beziehungsweise der Nachlassinsolvenz zu decken, gibt es außerdem noch die Möglichkeit der sogenannten Dürftigkeitsrede. Auch hier umgeht der Erbe eine persönliche Haftung, indem er gegenüber den Gläubigern erklärt, dass der Nachlass nicht ausreichend ist, um die Forderungen zu begleichen. Achtung, im Erbrecht gilt die Regel alles oder nichts. Das heißt, dass man entweder alles erbt, nämlich wenn man das Erbe antritt, oder man schlägt es aus, verzichtet dadurch aber auch auf seinen Pflichtanteil. Die vererbten Schulden ausschlagen und trotzdem das geliebte Erbstück mitnehmen, funktioniert also nicht. Fassen wir zusammen, Schulden sind also auch vererbbar. Daher sollte ich als Erbe den Nachlass schnellstmöglich prüfen, um festzustellen, ob und wie viele Schulden durch die Erbschaft auf mich zukommen können. Anschließend kann ich abwägen, ob ich das Erbe antreten möchte, es lieber ausschlage oder meine Haftung bei Erbantritt einschränken will. Zu beachten sind auch unbedingt die rechtlichen Fristen, die im Falle einer Ausschlagung oder Nachlassinsolvenz gelten. Für weitere Informationen zu diesem Thema abonniere gern unseren YouTube-Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib uns gern einen Kommentar unter dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis bald!